hallo herr wei küken damit richtig herzlichen willkommen auf unserem rosting kanal und zum kleinen fnaffe game und spiel uns aber mit five light and bell cars passend zu halloween vorbeiget wieder ganz herzlichen dank an unsere unterstützer ohne dass sie alles nicht machbar zu realisieren wäre vielen vielen dank dafür freunde für eure enorme hilfe i love you new game controls coffee machine door cam power reset coffee machine new game halloween halloween steht ja vor der tür freu ihr da schon drauf ich hab ja bell cars gespielt und habe keine this project is designed as a robot patrol with virtual functions the project is in the development of a prototype there are problems with the identification system in case of danger you need to hide your face in order not give your face under the visor of the robot paragraph 314 strauca project of robot killer designed to be supplied to the special forces to carry out special tasks for cleaning the each version does not have any special weapons so it comes dicht an and abmach front of it to avoid trouble the status is unstable the project was stopped due to low funding a way for a project of a robot waiter which was closed due to its irrelevance the robot waiter was able to distinguish the smell and taste of food due to one problem the robot began avoid hot drinks such as tea coffee and hot chocolate status cancels status cancels paragraph 674 paragraph 674 ITSX-51 a project for the robot soldier designed to make co-carrilla attack on the end of the project was banned due to the deterioration of political relations between the states after the project was terminated one word for a second left status closed fast but lightly armored a project 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 Control Power Reset Power Reset muss da unten irgendwo sein New Game Nice Big Side Ich habe die noch mal So this is information about the secret project Belka 2 R If this information is disclosed There will be imminent punishment This project is designed as a robot patrol With versatile functions The project is in the development of a prototype There are problems with the identification system The status is unstable In case of danger You need to hide your face in order Not give your face under the visors of the robot Paragraph 314 Wo ist hier ein Power Reset? Ich sehe hier überhaupt kein Power Reset Und ein Licht mit einem Flashlight Aber sieht das schon? Da ist er oder? Du kleines Asshole Moment, Moment One second Er müsste dann von hier kommen There are problems with the identification system The status is unstable In case of danger You need to hide your face in order Not give your face under the visors of the robot Airbrush 314 Errorge From here in the platform Who is there? ... ... ... ... ... ... ... Das ist nicht hier. Das ist nicht hier. Das ist nicht hier. Really? Freunde, ich schenk's mir überhaupt nicht hier. Es ist ein bisschen heilig leid. Ist doch crazy. Ist er hier irgendwo? Ey, es sieht ja schon cool aus. Wirklich cool. Aber erst dann so was von schnell. Machen wir mal die Tür zu. Vorsichtshalber. Also, es ist genug zu öffnen die Tür in fronte der Tür. Ist das nicht stabil? Ah, nein, nein. Der Projekt war stopt, durch die Low Funding. Der V4 ist jetzt für den Roboter, das ist closed, durch die Irrelevanz. Wir machen die Tür mal zu. Wir machen die Tür mal zu. Die Tür haben wir zu. Ich muss meine... Ah, er schreckt. Er schreckt. Er schreckt. ... ... ... ... ... Ich kann hier nichts closen. Freunde, ich check's nicht. Ich check, ich kapier's nicht. Ich kapier's einfach nicht. Ich kapier's nicht. Ihr könnt euch ja gerne selber runterladen und selber mal spielen. Dieses Five Nights in Belkast, wo ich ja die aus dem Original schon gespielt habe. Und jetzt in der Halloween Edition. Oh, Halloweena, Baby, Halloween. Sweets for the Sweets. Wir bedanken euch für's Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr da wieder reinschalten würdet auf unserem Rosti-Kanal. Bitte bewährt doch das Video, schreibt mir das in die Kommentare, aktiviert die Glocke. Und falls ihr noch... Jo, jetzt fangen wir noch die Glocke an zu läuten. Und falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur aufs Küppchen drücken, press the Headbutton to subscribe. Ansonsten genießt das Leben, habt Spaß, passt auf euch auf, übertreibt es und bleibt bitte alle gesund und munter. Ihr, ganz wichtig in der heutigen Zeit, schützt euch bitte. Wir sagen Tschürme, Löwen, Fingerdinger, Rotz. Euer Sam Teddy, Dominion. Der Rest der Rasselbande, Udo, rostet natürlich der ältere Herr. Das bin ich. Thank you and goodbye. Good night. Good night. готов Untertitelung des ZDF, 2020